ok ich gehe jetzt hier mit meiner epischen streitkolben schippe auf legolas versuchen wir ja da ist schon drinnen so kommen deswegen bringt das da auch wieder bordelltür da oben ja wo ich kann aber was wachsen lassen dass ich hier auch zusammen und zack ich hab was gefunden bitte du legst mich ab man ich muss auf diesen scheiß obwohl brandweil ist ach kacke uns fehlt noch der plan du musst mit legolas runter ach was mensch wenn du mir sagst ich so auf deinen helm gucke dann gucke ich auf deinen helm so wo brauchen wir noch den dem den plan keine ahnung viele sind das nicht mehr glaubt drei vier stück oder so waren das ne der der plan der hat uns gefehlt die blau pause haben wir nicht bekommen ne uns hat die blau pause gefehlt hier das haben wir das heißt wir können sechs macht ja flammender helm bruststück der weißen halben elm laute ok damals 13 stück aber uns hat der plan geführt eine ahnung bestimmt irgendwo auf der rechten seite oder sowas bestimmt auch etwas zum ausbuddeln oder sowas oder schlüssel ja hier um so eine scheiße wurde dann elendig suchen musstest so hier können wir die laute abgeben wo waren wir dann noch feuerhelm hatten wir bekommen und was war das dritte das dritte war also feuerhelm laute und gute frage was war das dritte feuerhelm laute wo ist der kuckuck also hier kann man der brustpanzer den können wir da abgeben so aber wo waren die sechsfachstuts da waren die sechsfachstuts genau da genau da ich hätte jetzt gedacht dass es hier war nein das war die sechsfachstuts waren in so einer umzäunung da müssten die nicht hier das war auf jeden fall dieses Kackland da ja kannst ja mal probieren ich glaube warte mal wo ist dieses Kackland hier hier oder er muss hier gewesen sein warte mal hier ist diese Kackstadt da geht es hoch dies da ist jenes blablablu hier rüber dies das muss das hier gewesen sein 0 von 3 wir haben uns die leute noch nicht gekauft aber was drei fragezeichen zwei fragezeichen wir uns noch auf dem ja in dem gebiet so da ja okay gut so dann wollen wir jetzt mal gucken was auch aktivier mal den heck guck mal irgendwas rotes hat gezeigt hier ok option extras sechsfachstuts ob das jetzt so kumuliert ja gut möglich aber zwei mal sechs ja da links zwölf bei dir auch zwölffachstuts das heißt plus warte mal wenn wir die zehn da noch haben zwölf mal zehn oder was ja das wäre richtig heftig vierfachstuts eine Mille ok so ok dann wissen wir äh was dann halt das nächste wäre so jetzt äh können wir zu zwei punkten reisen ich reise jetzt einmal nach bre obwohl du mal nach bre weil du hast äh gerade zusammen der ist der einzige der die feuer anzünden kann und dann geh mal da die ganzen dinge ab die die diese lieren sachen achso ok vier punkte ja warte mal kurz ich da kann ich auch nämlich gleich auch äh wo ist ein bre hier ne bre ist ein non non ich bin nicht so der karten für die schüsse möchte sind da bin ich gerade da gehe ich jetzt gerade das ding abgeben äh weiter non und zwar links genau was soll ich denn hier machen äh da sollst du mal bitte die feuer anzünden und die lieren sachen einsammeln ok wie viel bringen die lieren das weiß ich nämlich nicht 10.000 glaub ich ne ich glaub 10.000 ja so so also feuer dafür kriegst du was na ok die statue brauchst du nicht gerade anquatschen ja aus versehen ich hab gedacht dass wir feuer ha 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 nämlich die statue nicht im blickfeld gehabt du kannst auch die aus der karte raus gehen dann kann ich nämlich was machen und dann kannst du saufen aber natürlich nur milch ja milch ist gesund wow Lapdimensional so Modno läuft mal kurz nerven brab das hatten wir das war das vierfach statt vierfach statt das wird das nächste sein was wir uns holen weil dann können wir ja ordentlich schicken ich glaube ich mache hier 20.000 mal ich habe diese dinge eingesammelt und das sind irgendwie 9000 oder so wie man da haben ja dann die feuer links ja okay das da so jetzt kannst du noch mal da geradeaus komplett einfach nur geradeaus laufen jetzt muss ich mal hier eine sache testen und dann auf die rechte seite da geradezu links sitze die kamera hat sich mitten beim springen gedreht so wie schwul ist denn das und jetzt weiter hinter dir da ist doch dort ein feuer und dann in der schmiede so hier haben wir noch einen elb wir hätten wir noch einen punkt dann ja so jetzt musste genau in die mitte wieder zurück laufen so und jetzt noch mal umdrehen warst du schon hier oben da war es noch nicht drin einfach mal gerade ja genau da ist auch noch eins und jetzt vielleicht noch mal links und dann gleich noch das ist echt sehr geil so komme ich jetzt da vielleicht noch an das ding dann lohnt es sich auch noch mal diese 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 truhen dinger zu machen rein theoretisch so so wenn wir jetzt die mülle voll haben kannst du jetzt gleich noch mal vierfachs dazu dann sind wir bei 48 und dann mal zehn oder was jürgen was bringt man schickt eine mülle richtig krass ja aber dann können wir uns alle alle charakter gleich draufschießen hier stimmt die charakter müssen wir uns alle auch noch alle holen das habe ich irgendwie gar nicht mehr im blick gehabt so jetzt haben wir die mülle die war da unten runter 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 da genau das dingens und da musst du halt direkt dann zurücklaufen weil du hast unter anderem gleich das sei in der schnellwahl dann kannst du dich nämlich darum auch gleich kümmern andersrum andersrum genau andersrum da muss ich ja vorwärts laufen da muss ich ja vorwärts laufen da zeigt mir den roten punkt an wo ich hin muss warte jetzt links guck mal hier ist was dunkles da kommst nicht weiter da war mein opa was drinne aber du musst jetzt da einfach das sei hochkletter okay ich frage mich immer noch wo hier dieses verfluchte wo da die verfluchte Schlüsselstelle ist ich frage mich nur noch mal ich frage mich vorwärts ja vierfach stutz und jetzt gleich nochmal hm ich kann mich freischalten kannst du stattdregen 48 ich möchte jetzt mal so ich glaube da kannst du dir obwohl da bisher gerade gar nicht sonst hätte ich nämlich gesagt wenn du nämlich da in der nähe von der wetterspitze das kannst du ja eigentlich dann gleich den charakter dann noch holen so wie spät haben wir es können wir können wir noch eine map machen ich weiß nicht wie spät das ist ehrlich gesagt mein handy liegt hier irgendwo ich dachte das ist im arsch das ist immer am mann ich kann das machen dass es gleich in deinem arsch verschwindet nein 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 das ist ja auch nicht jung freundlich ja das ist der knochen keine ahnung wir haben noch genug genug ja bitte habt das gehört freunde können wir jetzt noch gemeinsam hier mittelerde befreien von stutz und langer weile weil ich immer noch hier was das gesagt die weißen pfeile zeigen bestimmt irgendwie so mini kids an das heißt die müssten auch die zeigen unter anderem jetzt nicht nur mini kids an sondern auch diese diese weißen steinchen ne ja guck mal der zeigt mir nämlich siehst du rechts mein pfeil siehst du den hier ich kann da aber nicht nirgendwo interagieren mit das ist halt ein bisschen blöde finde ich klingel drauf habe mir auch schon gedacht man ist ja gut man und da kann ich bestimmt drauf was zudem möchte das haben haben wir noch nicht gegenstelle die wir da müssten wir noch mal gandalf transport alter ist das toll das arme pferd also macht so was wieder spaß so macht es auch das hat ein bisschen die in den die laune gehoben bei das ist halt echt so diese langzeit motivation wird halt durch dieses durch dieses wiederholen von irgendwelchen maps wird sie halt nicht gesteigert vor allem weil es auch kein spaß macht weil du einfach ich weiß auch nicht wenn man zum beispiel geht der hero spielt finde ich egal wie oft man das level macht okay man ärgert sich immer wieder mal irgendwann ja aber hier ist es natürlich versucht man einfach die 100 prozent zu erreichen apropos 100 prozent kommen gehen wir jetzt einfach ein nächstes level rein warte 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 ich bin da gerade irgendwas am am tun und machen ich weiß nicht ob du das schon ja das haben wir schon alles eh schon gemacht ich trau deinem wort nicht so hier fehlen uns nur irgendwelche anderen sachen und wenn dann finden wir gleich ein lilas tut und dann ist es gut dann haben wir wieder eine mille dann haben wir wieder eine halbe mille genau 48.000 was ist das denn guck mal da siehst du ja und da war nämlich mal ein stein okay mit rielstein so gehe auch mal auf einem vernünftigen charakter okay äh so und jetzt schlag einfach mal okay ja nicht ich bin nämlich ein dass du da hättest schlagen müssen und dann konntest du mit legolas da rüber laufen oder mit irgendeiner kackkratze du hast gerade den falschen streichknopf ne ach ja mal so eine frage du hast gesagt für silvester bist du nicht hier silvester bin ich doch bin ich hier ach ne silvester bin ich nicht hier genau silvester bin ich nicht hier sonst bin ich die feiertage alle hier so okay gut das hätten wir hast du das gesehen alter ja habe ich ja auch so gemacht gehabt hätte ich bin einfach runtergejumpt und mit voller hoffnung so was ist denn das die geheime treppe die geheime treppe das ist das mit mit sam und frodo prolog das ist fertig das wollte ich nicht nochmal erstmal nicht prolog ne oder hatten wir das beim ersten mal schon so weit gemacht das schwarze tor also das finde ich echt ein bisschen verwunderlich dass wir da das nicht geholt haben ja so gollums zähmung doch doch das schwarze tor haben wir doch schon gehen wir nach rechts es wird weiß angezeigt wenn wir es haben ah ok dann war es eins daneben tut mir leid tut mir leid dann war es eins daneben ja ja also hier hatten wir es so und was geht lebst du wieder hast du alles ausgeschissen ok also ich habe auch alles gehabt hier haben wir alles gehen wir mal nach helmsklamm komm welches war ein helmsklamm das war das war die eine der epischsten schlachten beziehungsweise die epischste schlacht im zweiten teil alle namen sagen mir was aber irgendwie kann ich mich an den keinen zusammenhang erinnern das war halt eine bauernfestung ah ok jetzt weiß ich was die aufgesprengt wurde von einem von diesem sogenannten berserker ja die zeitwärme ich hoffe ich konnte damit was 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 in deinem gedächtnis wieder auf entfachen war das eine coole quest oder auch eine scheiße ich weiß es nicht mehr ist schon zu lange her aber durch diese guck mal wir kriegen die jetzt schon wieder angezeigt wo die studs hängen so wir müssen jetzt bloß die augen aufhalten ähm für die ganzen kleinen ach guck mal 88.000 yeah baby so läuft das ich brauche mal hier äh ich brauche mal hier äh den hier brauche ich ja mega babbo so uups was hast du gemacht ja was hast du gemacht ich bin auf die andere seite gegangen nein wieso wir sind am start und wir gehen jetzt gleich einfach mal guck mal hier ist eine kiste da hast du eine schatzbude ja irgendwie guck mal da kannst du da kannst du doch erstmal als legolas kannst du doch da erstmal da kannst du doch erstmal loslegen so was ist das für ein ja markt u wow 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 Vielen Dank.